Und jetzt komme ich auf was anderes, Frau Bundeskanzlerin. Sie haben sich zu dem Bericht über die Folter der CIA in Gefängnissen überhaupt nicht geäußert. Warum nicht? Es ist ein schrecklicher Bericht. Es ist ein furchtbarer Bericht. Es ist entsetzlich, was Menschen Menschen antun können. Und Sie äußern sich nicht dazu? Dieses Duckmäusertum geht schon wieder los? Was hätten Sie denn gesagt, wenn es einen solchen Bericht über Russland gegeben hätte? Was hätten Sie gesagt, wenn es einen solchen Bericht über einen afrikanischen Staat gegeben hätte? Sie hätten gerufen nach Sanktionen, nach allem Möglichen bei den USA. Schweigen Sie nur. Geben Sie Ihr Duckmäusertum auf. Wir müssen uns immer gegen Polter stellen, auch in den USA. Und ich sage Ihnen, der Höhepunkt ist, dass die USA sogar die Antipolterkonvention unterschrieben haben und glauben, sich danach nicht richten zu müssen. Ja, und ich sage es auch ganz klar. Die USA haben gesagt, es wird keine justizielle Verantwortung geben. Ich hoffe, dass unser Generalbundesanwalt die notwendigen Ermittlungen durchführt. Und das kann dann auch Ergebnisse zeigen. Und wissen Sie, das ist dasselbe wie bei NSE. NSE spioniert uns vollständig auch, macht auch Wirtschaftsspionage. Und was machen Sie dagegen? Nichts. Nichts. Ich sage Ihnen, dieses Duckmäusertum gegenüber den USA, auch das ist nicht länger erträglich und stört immer mehr Menschen in Deutschland. Und nun CETA und TTIP. Sie sind ja so dafür, Frau Bundeskanzlerin. Erklären Sie doch mal den Leuten, was das bedeutet, wenn wir ein Verbot von Investitionshemmnissen haben. Dass man keine Steuer für einen amerikanischen Konzern erhöhen darf. Dass man nicht mehr Mitbestimmung einführen darf. Sie machen Politik unmöglich. Und erklären Sie doch mal, auch der mittelständischen Wirtschaft, folgenden Unterschied. Wir haben eine vorsorgende Prüfung, wenn neue Lebensmittel oder so auf den Markt kommen. Da muss man erst beweisen, dass sie nicht schädlich sind. Das kennen die USA gar nicht. Die kennen nur, dass es Schadenersatz gibt, wenn sich danach herausstellt, dass was nicht gesund war. Und das Ergebnis ist, dass Sie acht Jahre früher auf den Markt gehen können als unsere Unternehmen. Wollen Sie unsere Unternehmen derart benachteiligen? Und dann sage ich Ihnen das Dritte. Das ist für mich der absolute Höhepunkt. Das sind die Schiedsgerichte. Sie schließen die Rechtsordnung. Sie schließen die ordentlichen Gerichte in der Bundesrepublik Deutschland, auch in Frankreich, auch in anderen Ländern aus. Ja, und das ist ein völlig falscher Weg. Wenn Sie meinen, das gab es schon mal, dann sollten Sie diesen Weg nicht wiederholen, meine sehr verehrten Damen und Herren von der Union. Wirklich nicht. Und deshalb sage ich, das geht überhaupt nicht. Ja, das geht auch nicht.